Hallo und herzlich willkommen bei der Top 100 Selektion. Mit mir im Studio ist mein lieber Kollege der Karsten und es ist natürlich wieder abwechslungsreich heute. Wir haben jede Menge Produkte von Handys bis zum Boden, sauberer Macher und natürlich ganz toll ist es hier bei der Top 100 Selektion. Die haben Sie ausgewählt, denn Sie haben wirklich 100 verschiedene Produkte auf die Top 100 gewählt. Und das Schöne dabei ist, dass wir so, so abwechslungsreich heute wieder sein dürfen. Starten tun wir mit etwas ganz Wunderbarem. Das ist ein Outdoor-Smartphone und das habe ich selber so noch nicht in der Hand gehabt. Hab sowas immer gesucht, wenn man natürlich in Urlaub geht oder Campingurlaub macht oder mein Bruder spielt tatsächlich gerne Gottscha. Für die meisten vielleicht der Name Paintball etwas bekannt. Der hat immer so Handy gebraucht oder bei der Bundeswehr. Das hat er nicht gehabt und das ist natürlich ultra günstig auch noch. Ja, also es ist nicht nur ein Preis-Leistungs-Verhältnis vom Allerfeinsten, liebe Zuschauer. Es ist natürlich auch unglaublich robust. Das heißt, es ist Spritzwasser geschützt. Es kann gerne im Regen, es kann im Schnee verwendet werden. Es kann auch sicherlich gerne mal in eine Pfütze fallen. Es kann Ihnen grundsätzlich auch mal auf den blanken Asphalt hinunterfallen, ohne dass gleich das Glas kaputt geht oder die Hülle verkatscht wird. Denn das ist wirklich zu 100 Prozent Outdoor-fähig. Und das für diesen Preis fantastisch. Trotzdem haben wir alle Funktionen, die ein modernes Smartphone heutzutage braucht. Und das ist das Sensationelle. Ich bin wirklich so begeistert, weil mein Bruder hat wirklich lange sowas gesucht. Gerade beim Bund oder so. Da gibt es da die anderen Klopper. Und die waren natürlich lange nicht auf dem Stand der Dinge wie jetzt dieses Smartphone, was wir hier wirklich präsentieren dürfen und natürlich an Sie bringen dürfen. Das ist wirklich Qualität pur, aber auch perfekt für den Bundeswehrgebrauch geeignet. Und das ist ein ganz normales Smartphone, mit einem ganz normalen Handy, selbst mit einem ganz normalen Telefon. Wir hätten wahrscheinlich 9 von 10 Telefonen schlicht und ergreifend aufgeben und einfach kaputt sein, alleine vom Glas her. Wir haben natürlich jetzt hier vorne ein spezielles Glas. Das ist ein sogenanntes Gorilla-Glas. Das ist also extrem kratzfest und wirklich auch sehr, sehr widerstandsfähig. Ich habe sogar schon drauf gestanden, ohne dass was passiert. Und wir haben eben gleichzeitig auch noch diese unglaublich strapazierfähige Hülle, die das Telefon also nahezu unempfindlich gegen Stöße, gegen Stürze und gegen alles macht, was eben draußen in der freien Natur und logischerweise auch in der Wohnung passieren kann. Und ich bin nicht nur der Meinung, dass das ein passendes Telefon für die Outdoor-Fans wäre. Das wäre auch sicherlich genau das Richtige mal für die Kinder, die ja sowas auch ganz gerne mal fallen lassen. Auch mal für einen Teenager, der vielleicht ein bisschen robuster damit umgeht. Also das wirklich ausgesprochen robust und widerstandsfähig. Tja, da denke ich natürlich wieder an meinen Bruder, der wirklich schafft, wirklich jedes Telefon kaputt zu machen, weil er es wirklich einfach irgendwo in die Ecke schmeißt und er hat ein teures Smartphone. Er hatte, jetzt ist es ein bisschen zerlegt, zerkratzt, zersprengt oder wie wir das nennen, er hat eine Spider-Man-App. Das heißt, dieses gesprungene Display passiert ihm natürlich mit so einem qualitativen Handy nicht. Perfekt auch fürs Wandern, für unterwegs sein, für den Urlaub, für am Strand. Da müssen Sie nicht sich Angst haben, an Bange machen, dass da jetzt irgendwas kaputt gehen kann, wenn es dann doch mal zum Beispiel auf dem Boden oder beim Wandern jetzt wirklich aus der Tasche rutscht. Richtig, genau. Also egal, was damit passiert, wenn es mal runterfliegt und Sie kennen es natürlich, Sie kennen es aus dem Sommer, wenn Sie schwitzige Finger haben, Sie kennen es aus dem Winter, wenn Sie kalte Finger haben. Dann fällt sowas natürlich alleine auch schon mal gerne runter, wenn man einfach nur mal die Autotür aufmacht und das aus einer Höhe von 50 Zentimeter mit einem normalen Smartphone. Da ist das Glas kaputt oder ganz einfach auch das komplette Gehäuse verkatscht. Nichtsdestotrotz können Sie natürlich hier auf alle Funktionen zählen, die ein modernes Smartphone heutzutage hat. Sie sind natürlich jederzeit und immer online, wenn Sie das möchten. Und Sie können sich hier sogar dafür entscheiden, nicht nur eine Karte, sondern sogar zwei Karten reinzupacken. Auch das finde ich eine ganz hervorragende Geschichte, denn dann sind Sie über ein Telefon auf zwei verschiedenen Rufnummern erreichbar und können auch über zwei verschiedene Rufnummern telefonieren. Das Ganze geht auch mit einer Rufnummer und raus und rein, ganz klar, aber bis zu zwei wären ohne weiteres möglich. Das nennt man Dual-SIM-Prinzip und das ist wirklich fantastisch, hier speziell bei unserem Partner Sim Valley. Schön natürlich auch dann, wenn Sie unterwegs sind und einfach mal eine Navigation brauchen über das Google Maps selbstverständlich, was hier schon vorinstalliert ist, neben einer anderen breiten Auswahl an Programmen, ist das natürlich jederzeit möglich. Und das eben nicht nur in Deutschland, sondern wirklich mittlerweile weltweit. Da kannst du also auch ans andere Ende der Welt reisen und dich trotzdem damit hervorragend navigieren lassen. Sensationell günstig und vor allen Dingen mit diesem Navigationssystem wirklich von dem Google-Paket mit dabei gesprochen, was der Carsten gesagt hat, ist das eine komplette Ausrüstung, eine vollwertige Ausrüstung. Sie müssen sich um gar nichts mehr Gedanken machen, Sie können einfach Ihre SIM-Karte reinstecken und los geht es mit dem Telefonieren, Simsen oder vielen anderen Möglichkeiten, die Sie natürlich mit unserem wunderbaren Outdoor-Smartphone wirklich rechtfertigen können. Wir haben ein wunderbares Betriebssystem auch da drauf und das finde ich richtig ansprechend. Ja, wir haben das Android 4.4 drauf, liebe Zuschauer, neben einem schönen Paket an Applikationen, natürlich eins der absolut marktführenden Betriebssysteme momentan für die Smartphones. Und vielleicht nur mal alleine für die Statistik-Fans unter Ihnen, mittlerweile hat das Android-Betriebssystem über 80% Marktanteil weltweit. Also irgendwas scheinen die Damen und Herren entsprechend richtig zu machen. Ein fantastisches Gerät, was ausgesprochen robust ist, unglaublich viel aushält und dabei trotzdem noch absolut flexibel ist. Denn auch der Speicher ist jederzeit völlig frei wählbar. Sie können hier ganz einfach über eine Micro-SD-Karte mit bis zu 32 GB speichern, um selbstverständlich auch Ihre Fotos, Ihre Videos oder vielleicht auch mal Ihre Lieblingsmusik oder wichtige Daten ganz einfach immer dabei zu haben. Denn dieser kleine Kerl hier wird Sie überall hin begleiten, ohne dass Sie Angst haben müssen, dass er kaputt geht. Und vor allen Dingen finde ich es so schön, dass Sie hier zwei verschiedene SIM-Karten noch reinstecken können. Das heißt, auch wenn Sie mal verreisen, können Sie im Ausland eine jeweilige Prepaid-Karte noch dazufügen und sind dennoch auf Ihrer klassischen SIM-Karte natürlich erreichbar. Die Bestellnummer, das ist die PX 3820569. Und das natürlich zu einem sensationellen Preis von 313,41 Euro. Das ist ein Verkaufsschlager, meine lieben Zuschauer, nicht lange überlegen, denn ich finde ihn wirklich sehr, sehr toll, dieses Angebot. Und da heißt es schnell sein und zugreifen. Jetzt bleiben wir bei dem Thema, ja, effektive Hausarbeit. Und zwar, man erleichtert sich wirklich das Staubsaugen, das Reinigen. Und du kennst es ja sicher, du bist sehr beruflich viel unterwegs, deine Frau ist auch beruflich unterwegs und noch ein Kind, da kommt man wirklich zu nicht mehr zum Saugen. Also, da ist man wirklich, und einen Hund hast du auch noch, also da ist man ja wirklich, dann kommt man nach Hause und müsste eigentlich die ganze Zeit nur damit opfern, auch noch Staub zu saugen und alles. Wir haben sogar noch einen Hamster zu Hause. Auch noch einen Hamster. Also, wenn man wirklich langweilig wird, dann fange ich an, den Hamsterkäfig sauber zu machen. Das passiert normalerweise nachts um halb zwei oder sowas, da bleibt ein bisschen Zeit übrig. Aber Sie merken, und wahrscheinlich geht es Ihnen nicht anders, mitunter ist die Zeit ganz schön knapp bemessen. Erst recht dann, wenn die Familie auch noch ein bisschen größer ist und das Staubsaugen zählt nur nicht gerade zu meinen Lieblings-Hobbys zu Hause, oder für dich. Nicht gar nicht, also ich habe aber wirklich noch zwei Katzen und einen Hund, das heißt, ich bin wirklich täglich am Staubsaugen. Ich wäre wirklich, ich habe jetzt keinen Hamsterhund, aber wie gesagt, die zwei Katzen und den Hund, und da weiß ich, und ich habe jetzt noch keine Kinder, aber ich kann dir sagen, die drei Tiere, die machen richtig viel Dreck. Ja klar, gerade bei Hunden und Katzen, da ist ständig irgendwie Staub oder ständig irgendwas auf dem Boden, was man aussaugen muss. Ich persönlich habe aber keine Lust, bei den Temperaturen jeden Tag stundenlang mit dem schweren Staubsauger eine Steckdose nach der anderen zu suchen und mich permanent zu bücken, um auch unterm Sofa oder unterm Bett entsprechend die Staubfussel und die Wollmäuse rauszuziehen. Das macht in der Zukunft bei Ihnen zu Hause, genauso wie bei uns im Hause Ruhland, jederzeit dieser Staubsauger-Roboter. Und den kannst du entweder frei laufen lassen oder ganz einfach auch programmieren mit einem bestimmten Putzplan, dass der montags von mir aus die Küche saugt, dienstags das Wohnzimmer, mittwochs das Badezimmer, oder dass er eben einmal komplett durchsaugt, während du dich mit wesentlich angenehmeren Geschichten im Leben beschäftigst. Allerdings angenehmer Geschichten, man arbeitet viel und man kann dann die wenige Zeit, die man hat, sinnvoll mit der Familie verbringen oder natürlich sich keine Gedanken machen. Wer saugt heute Abend, dann gibt es auch keinen Streit mehr, den Streit kann man aufschieben. Wie gesagt, wir waren vier Kinder zu Hause, das heißt jede Menge Staubsaugen, Haustiere dazwischen, ich hatte Hamster, Maus und einen Hund, also jede Menge Arbeit. Und das finde ich wirklich sensationell, Sie können Ihre Zeit wieder effektiv anders einsetzen und sich mit Ihrem Mann zusammen freuen, am Abend vielleicht den Fernsehabend zu genießen. Ja, richtig, genau. Das Schöne ist, und das sehen wir hier ganz gut, dass der natürlich über verschiedenste Sensoren gesteuert wird. Das heißt, der hat also im Unterboden verschiedenste Sensoren mit eingebaut, zum einen für die Schmutzerkennung, zum anderen aber auch zur Hinderniserkennung. Und schau mal hier, wir sehen das jetzt gleich, sobald der auf ein Hindernis stößt, kommt der Bumper vorne zum Tragen und dann wird er seine Richtung ändern. Nicht so wie in den 80er, 90er Jahren die Kinderspielzeuge, die Technik ist so doch schon, richtig, ja, hier ist also auch die Technik schon etwas ausgefeilter und das ist genau richtig. Wir sehen, dass der also nicht nur auf glatten Böden funktioniert, sondern eben auch kurzflögerigen Teppichböden hervorragend seine Dienste leistet. Schau mal hier, der passt sogar allein baulichtbedingt locker unter den Tisch drunter. Zack, zack, zack macht er das, ohne irgendwie zu ruggeln. Das ging zack, 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 wirklich wie man das aus den früheren Zukunftsfilmen kannte. So 2050 ist ja gar nicht mehr so weit hin, aber das hätte man in dieser Jahreszeit noch gar nicht gedacht, dass wir so flink mit so Robotern sind. Ne, also das hätte ich ehrlich gesagt auch nicht wirklich erwartet, noch vor zwei Jahren war das für mich eigentlich eine Art Science Fiction, dass Maschinen diese Hausarbeit übernehmen. Ich habe damals noch an menschenähnliche Roboter oder was gedacht, so wie man das aus Kinofilmen kennt, aber das geht nun heute dann doch wesentlich kompakter und einfacher. Aufgrund der flachen Bauweise passt er eben locker auch mal unter den Schrank, unter das Bett, dort wo man ganz gerne normalerweise mit dem klassischen Staubsauger schludert. Und das macht er eben so lange, bis er merkt, dass sein Akku leer wird. Und selbst da ist er intelligent, der fährt sogar rückwärts an seine Ladestation zurück und lädt sich automatisch wieder auf. Und das natürlich, das welcher Staubsauger lädt sich bitte von selbst wieder auf. Also ich finde das total toll, dass er von selbst wirklich das mit Sensoren findet. Egal wo der ist, der merkt, der Akku geht leer und dann geht er natürlich zack, zack, zack. Er fährt automatisch wieder rückwärts an seine Station. Die haben wir hier. Das, was Sie gerade noch gesehen haben, ganz kurz im Eingangsbereich zur Küche, das war eine Infrarotlichtschranke. Das heißt, die können Sie auch jederzeit aufbauen, wenn Sie jetzt einen Bereich zum Beispiel haben, der nicht unbedingt gesaugt werden sollte. Aus welchem Grund auch immer, können Sie dem Staubsauger da natürlich Bescheid geben. Er ist rund, ja, fällt auf. Das heißt, in den Ecken wird er wahrscheinlich seine Schwierigkeiten bekommen. Nein, denn hier haben wir natürlich diese Zuführbürsten mit dabei. Und die sorgen dafür, dass der ganze Schmutz zuverlässig eben hier in den Schlitz eingeführt wird, sodass man hier auch in den Ecken davon ausgehen kann, dass der hundertprozentige Saugleistung abliefert. Wo führt denn der Schlitz hin? Der Schlitz gehört hier. Ach, C-Mark, da kommen wir direkt zu dem Wichtigsten. Wo sind die Beutel versteckt? Da haben wir sie, brauchen wir doch gar nicht. Guck mal, wir sind doch hier beutelfrei unterwegs und da ist ein ganz ordentliches Volumen, was hier reinpasst. Das ist über ein halber Liter Volumen. An Schmutz, bis du den voll hast, dauert also eine ganze Weile. Hast natürlich sämtliche Filtersysteme mit dabei. Guck mal, ein bisschen Konfetti vom letzten Mal ist also auch noch mit drin. Und dann gehst du ganz einfach über den Mülleimer, leerst das Ganze aus, packst den beutellosen Auffangbehälter ganz einfach wieder rein, macht die Klappe zu und dann geht die Reise auch schon wieder weiter. So viel Luxus für kleines Geld, wie ich persönlich finde, sogar noch Port- und Versandkosten frei geliefert. Schön ist wirklich, da sparen sich wirklich die Folgekosten. Wir sprechen hier von einer einmaligen Summe von 189 Euro und 91 Cent. Die Bestellnummer ist die NC 5725569. Wir bleiben natürlich bei der Top 100 Selektion, das heißt, wir sind richtig abwechslungsreich. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, ja, wenn Sie jetzt viele Smartphones haben oder unterwegs sind und dann natürlich vielleicht nicht den richtigen Stecker dabei haben oder wirklich die 12-Volt-Steckdose im Auto schon wirklich benutzt, dann vielleicht für den Kühlschrank, den Autokühlschrank, dann haben Sie ein kleines Problem unterwegs, wenn Ihr Smartphone zum Beispiel leer ist. Wir können aber nicht nur ein Smartphone damit aufladen, denn das geht natürlich auch für ein Tablet. Wir haben nämlich jetzt eine Solar-Powerbank mit 20.000 Milliampere. Das ist mal ein richtiges Highlight, was wir hier für Sie im Programm haben, liebe Zuschauer. Aber denn eine kleine Energiereserve irgendwo mal in der Tasche, im Rucksack oder mal im Auto liegen zu haben, ist bestimmt keine schlechte Idee. Denn grundsätzlich erkennt man die Smartphone-Besitzer meistens daran, dass sie immer ihr Ladeteil bzw. ihr Kabel in der Hand haben und panisch nach einer Steckdose suchen, um den letzten Anruf nochmal zu machen, um die letzte E-Mail vielleicht nochmal zu lesen oder um eben mal schnell bei Facebook zu gucken, was ist jetzt schon wieder so Wichtiges auf der Welt passiert. Wenn Sie natürlich keine Steckdose in der Nähe haben, kommt diese Powerbank zum Tragen. Und Sie sehen hier auch schon diese monokristalline Solarzelle. Das heißt, das Aufladen der eigentlichen Energiereserve, der eigentlichen Powerbank, funktioniert hierbei mehr oder weniger vollkommen automatisch. Tja, weil Sie können das Ganze nicht nur in der Sonne aufladen. Der Schatten reicht dafür auch schon aus, um wirklich unsere Solarzellen mit Nährstoffen hier zu füttern, damit die Energie wieder abgegeben werden kann. Und was wir gerade sehen ist, das ist ja nicht gerade mal ein minimales Stückchen Unterschied nur zu deinem Smartphone. Das ist wirklich minimal nur größer und dafür ist das wirklich ein tragbares Kraftwerk hier. Richtig. So, da haben wir es gerade gesehen. Ich habe es gerade mal eingestöpselt, den einen von zwei USB-Anschlüssen, den wir haben und schon wird das Smartphone entsprechend geladen. Das heißt, alles das, was Sie per USB-Stecker laden möchten, können Sie mit dieser Powerbank jederzeit laden. Und dadurch, dass unsere Powerbank, die ich jetzt hier hinter dem Handy versteckt habe, 20.000 mA hat, können Sie ein Samsung Galaxy zum Beispiel locker um die 12, 13 Mal wieder hochladen. Ein Apple iPhone zum Beispiel, ein 5er oder auch ein 6er von mir aus, können Sie also locker auch nochmal 12, 13 Mal komplett wieder mit Energie versorgen. Das heißt, du brauchst quasi, auch wenn du mal ein verlängertes Wochenende irgendwo bei Freunden verbringst, nichts anderes mehr als nur noch diese Powerbank. Und die legst du ganz einfach zwischendurch irgendwo in den Bereich einer Sonneneinstrahlung. Es muss noch nicht mal direkte Sonneneinstrahlung sein. Und schon hast du auch wieder dieses kleine Kraftwerk ganz einfach wieder mit Energie versorgt. Also damit, wie wir das ja gerade schon gehört haben, sind Sie wirklich absolut flexibel und sind natürlich mit der Flexibilität damit gesichert. Schön ist es natürlich auch, wenn Sie damit verreisen. Sie müssen sich keine Gedanken mehr machen, dass Sie im Hotel immer den falschen Stecker dabei haben, denn Sie sind wirklich immer richtig gerüstet mit unserer Solar-Powerbank. Natürlich auch perfekt für Camping oder der Tag am Meer. Das ist doch eine schöne Sache. Sie können telefonieren, Sie können damit schreiben, ohne sich Gedanken zu machen, dass mein Handy gleich leer ist. Denn Sie haben ja wirklich wunderbar alles dabei. Und damit man auch jederzeit sehen kann, wie viel Saft überhaupt noch auf der Powerbank drauf ist, können Sie ganz einfach hier an der Seite auf dieses kleine Knöpfchen drücken. Damit aktivieren Sie entweder das Leselicht hier vorne, auch wenn man mal schnell ein Schlüsselloch oder sowas suchen muss. Sie können aber auch ganz einfach, und dafür halte ich mal die Hand da oben drüber, ich hoffe, Sie können es erkennen, ja, mit diesen blauen LED-Ladestandsanzeigen jederzeit überprüfen, wie viel Saft ist denn eigentlich noch auf meiner Powerbank drauf. Wobei grundsätzlich lädt die sich ja ganz einfach über die Sonneneinstrahlung auf. Schön ist, dass wir hier eine monokristalline Solarzelle haben. Und das bedeutet, du musst diese Powerbank nicht jedes Mal einfach in die pralle Sonne legen. Es reicht auch aus, wenn du ein schattiges Plätzchen findest. Also ganz einfaches Tageslicht, muss also nicht immer gleich in der prallen Sonne liegen. Schön auch hier die abgerundeten Kanten. Das heißt, hier kannst du also auch davon ausgehen, dass du dich einfach nicht verletzen kannst. Liegt sehr, sehr angenehm in der Hand und ist wirklich für viele einfach ein ständiger Begleiter. Ich habe die übrigens schon mehrfach gesehen hier, gerade auch wenn ich im Zug sitze und so weiter. Da sitzen sie alle mit ihren Smartphones und ihren Tablets und haben immer die Powerbank dabei. Weil gerade im Bordbistro hast du nämlich keine Steckdose mehr. Und wenn so eine Fahrt mal zwei, drei Stunden dauert, ist der Akku eben leer. Da hast du hier eine schöne Energiereserve. Vor allen Dingen zu diesem sensationellen Preis, deswegen hast du die nämlich schon öfters gesehen. Die ist nämlich hier ruckzuck weg gewesen. Und deswegen heißt es natürlich hier ruckzuck sein, denn das geht langsam aus. Das heißt, meine lieben Zuschauer, schnell sein. Und wir haben gerade gehört nochmal, mittlerweile haben es sehr, sehr viele Kunden. Das heißt, sie sind hoffentlich auch bald ein Kunde davon und sind wirklich glücklich. Die PX 88 747 569. Das ist die Bestellnummer 66,41 Euro. Da bin ich mir sicher. Du wirst demnächst wirklich jeden zweiten im Zug da mit sitzen sehen. Denn das erleichtert ihm wirklich das Aufladen für unterwegs. Und vor allen Dingen ist das auch ein Sicherheitsaspekt. Und vor allen Dingen ziemlich robust. Passt auch noch an ihrem Rucksack. Einfach dranhängen und zack, los geht's. Und automatisch wird's auch noch aufgeladen. So, und jetzt kommen wir zu dem Thema Kameras. Und zwar nicht irgendeine. Wir reden von einer Auto-DVR-Kamera. Und die ist richtig klein, handlich. Für mich schon quasi unsichtbar im Auto. Weil man würde gar nicht denken, dass das eine Kamera ist. Ich finde es vor allen Dingen gerade grundsätzlich vom Ansatz her einer sogenannten Dashcam, einer Automobilkamera, schon praktisch und sinnvoll, so etwas im Fahrzeug zu haben. Weil sie immer zum einen eine wunderschöne Streckenaufzeichnung haben. Gerade jetzt in der Urlaubszeit als Autofahrer, das kennen Sie selber, ist man gar nicht in der Lage, sich auf die Landschaft zu konzentrieren. Weil man natürlich auf den Verkehr konzentriert ist. Zum anderen haben sie aber auch im Fall der Fälle, wir hoffen nicht, dass es Ihnen passiert. Aber wenn es Ihnen passiert hier, haben Sie natürlich gleichzeitig einen digitalen Unfallzeugen. Und der ist schlichtweg unbestechlich. Wir haben also da schon so viele, Dutzende, Hunderte von Beispielen gesehen, wo so eine Unfallsituation ganz einfach auf die Menschen wie aus dem Nichts zukommt. Da kann man sich mitunter gar nicht mehr wirklich merken, wer war jetzt eigentlich am Unfall beteiligt. War die Ampel, über die ich drüber gefahren bin, jetzt wirklich noch gelb? War sie grün oder war sie vielleicht doch schon rot? Das Problem bei solchen Ampelgeschichten haben wir in der Familie gehabt. Beweise auch mal, dass zum Beispiel ein Problem mit der Ampel geherrscht hat. Das war nämlich ein guter Freund von mir. Beide hatten grün und die haben gesagt, das kann nicht möglich sein. Und Gott sei Dank hatte wirklich eine Dashcam und sie konnten, jetzt hieß es aber, der andere hätte kein grün gehabt. Und das war das Problem. Wer hat jetzt recht gehabt? Der andere hat natürlich recht gekriegt, weil er natürlich eine Dashcam hatte. Und das Problem ist bei sowas, wie willst du es manchmal beweisen? Es war ein technischer Fehler und deswegen hatten die beide auch noch einen Totalschaden. Davon abgesehen, dass beide wirklich durcheinander waren und nicht fähig waren, eine klare Aussage zu treffen. Da ist wirklich so ein unbeteiligter Zeuge wirklich Gold wert. Wirklich Gold. Da gibt es ja mittlerweile Präzedenzurteile in Deutschland, wo also auch schon solche Videoaufnahmen anerkannt worden sind. Natürlich nicht einfach so, wenn man das Jux und Dollerei von mir aus einen Delinquenten auf der Straße sieht und das zur Anzeige bringen möchte. Dafür sind die Dinger natürlich nicht gedacht. Sie sind wirklich als digitaler Unfallzeuge gedacht. Und damit Sie natürlich auch jederzeit die Kamera perfekt ausrichten können auf den Bereich, den Sie gerne filmen möchten, ist dieses großzügige Display natürlich mit dabei, wo man auch jederzeit ganz einfach die Einstellungen vornehmen kann. Ich halte Sie natürlich jetzt gerade falsch rum. An der Windschutzscheibe wird Sie natürlich dann so befestigt mit der Kamera nach vorne und mit dem Display dann zu Ihnen in den Fahrgastraum hinein. Oder natürlich jederzeit auch andersrum. Das heißt, Sie können auch jederzeit die Kamera nach hinten ausrichten. Ich habe diese Kamera sogar schon mal an meinen Dachhimmel dran gepackt. Der ist aus Glas und da kann man also schon ausgesprochen spektakuläre und außergewöhnliche Perspektiven mit entwickeln. Funktioniert natürlich nicht nur bei Tag, funktioniert auch in der Nacht. Das heißt, die Infrarot-Nacht-Sichtgeschichten sind ebenfalls dabei. Das ist wirklich vor allen Dingen eine ganz tolle Einstellung. Sie können auch noch mal zusätzlich hier einstellen, Tag und Nacht. Das habe ich eben auch schon noch mal gesehen. Ich finde einfach nur das Ganze sehr sensationell geschickt verbaut und wirklich kaschierend. Und vor allen Dingen durch dieses Schnell-Schnapp-Schluss-System kannst du es natürlich ruckzuck wieder auch in die Handtasche mitnehmen. Und mit nach Hause nehmen oder natürlich vor allen Dingen kaschierend wieder anbringen. Ich finde es wirklich ultraflach, dieses System. Selten so eine dünne Kamera gesehen und vor allen Dingen zu so einem Preis von 28,41 Euro. Und natürlich, wie der Carsten gesagt hat, gerade jetzt aktuell zur Urlaubszeit. Das gibt wirklich einen schönen Film für daheim, dass man noch mal die ganze Fahrt wirklich passieren lassen kann. Das Schöne ist natürlich, dass wir hier im HD-Bereich aufzeichnen mit 1280 mal 960 Pixel. Und damit Sie eben auch genügend Speicher haben, um das alles unterzubringen, die schönen Aufnahmen. Selbstverständlich haben wir hier an der Seite den SD-Einschub. Und da können wir also locker bis zu 32 GB Speicher reinpacken. Je nach Auflösungsqualität, die Sie wählen, sind das zum Teil wirklich bis zu 16 Stunden Aufnahmekapazität. Also ganz ehrlich, da kannst du mal ein paar Stunden im Stau stehen und trotzdem noch eine schöne Strecke hinter dich bringen. Du hast immer noch genügend Material auf dem Speichermedium drauf, um auch den Rest der Urlaubsstrecke noch richtig schön aufzuzeichnen. Ist eine richtig tolle Angelegenheit. Ich möchte so eine Autokamera mittlerweile ehrlich gesagt gar nicht mehr missen. Also bis jetzt habe ich sie Gott sei Dank im Rahmen eines Unfalls noch nicht gebraucht. Aber ich habe schon einige wunderschöne Strecken aufgezeichnet. Gerade hier bei uns hier unten im Preisgau ist das wirklich atemberaubend schön von der Landschaft. Mitunter rechts die Fogesen, links der Schwarzwald und dann so eine HD-auflösende Autokamera da drin. Das sind schon schöne Streckenaufzeichnungen, die man da wirklich machen kann. Ja und ab in die Berge mit Ihnen, meine lieben Zuschauer. Gönnen Sie sich eine wunderbare Autobahnfahrt in die Berge, dann auf die Landstraße. Und dann schmeißen Sie wirklich Ihre Kamera an und genießen Sie wirklich diese wunderschönen Bilder. Ich habe als Kind wirklich immer die Fahrten geliebt, wenn wir in die Schweiz gefahren sind, um nach Sizilien runterzufahren. Und wenn wir dann in die Schweiz reinkamen, ich habe diese Berge geliebt. Und ein Traum. Also gönnen Sie sich was Gutes und vor allen Dingen einen Sicherheitsaspekt. Wir haben PX 1294569. Das ist die Bestellnummer und das zu einem Preis von 28,41 Euro. Ein wirklich, wirkliches großes Schnäppchen. Da sollte man nicht lange überlegen, zugreifen. Auch ein Sicherheitsaspekt, falls dann doch mal was passiert, was wir hier natürlich nicht hoffen. Aber dann haben Sie wirklich nochmal einen unbeteiligten Zeugen, der Ihnen natürlich das untermalen kann, was Sie hoffentlich auch aussagen können und jedenfalls nicht so verwirrt sind. Schöner Aspekt natürlich auch in die Urlaubsfahrt. Jetzt bleiben wir beim anderen Thema. Wir sind ja bei der Top 100 Selektion und da heißt es schnell sein im Wechsel. Und es wird nicht langweilig. Rauf und runter, links und rechts. Und das fängt jetzt richtig hier an. Wir starten jetzt mit einer Universal-Festplatte. Ja. Und die ist so ultraschlank. Ich würde sagen, ja, das ist schlanker als ein Portemonnaie und schlanker als die neuen Handys, die es gibt. Das ist richtig, ja. Wir haben jetzt den Adapter, womit du also locker bis zu drei Festplatten gleichzeitig ausgebaute Festplatten ganz einfach auslesen kannst. Und das hier ist jetzt beispielsweise mal eine solche Festplatte, die jetzt eben nicht in einen Computer, in einen Laptop eingebaut worden ist. Die ist jetzt quasi blank. Das heißt, ich könnte jetzt mal gucken, könnte mal ein bisschen dran rein, kann auch mal dran riechen. Aber was für Daten tatsächlich drauf sind, kann ich jetzt so mit dem bloßen Auge, mit meinem Sinn nicht wirklich erkennen. Also, um zu erkennen, ob sie überhaupt funktioniert und um zu wissen, was drauf ist, muss ich sie einbauen. Und da geht das ganze Fiasko auch schon los, ja. Und da kommt natürlich jetzt unser sogenannter Festplattenadapter ins Spiel. Und mit diesem Festplattenadapter können Sie nicht nur diese Festplatte, sondern grundsätzlich nahezu alle gängigen Festplattenmodelle jederzeit ganz einfach und komfortabel auslesen. Also sämtliche Festplatten, die im SATA-Bereich angesiedelt sind und auch die sogenannten IDE-Festplatten mit 2,5 und 3,5 Zoll kannst du ganz einfach jetzt hier auslesen. Ganz einfach, indem du sie an den Adapter dran packst und diesen Adapter per USB an deinen Rechner verbindest. Spitzenklasse natürlich. Nicht nur zum Auslesen der Daten, sondern grundsätzlich auch für den Datentransfer. Wenn du mal einen neuen Laptop kaufst und deine alten Daten auf den neuen übertragen möchtest, kannst du das damit ausgesprochen komfortabel machen, ohne dann immer gleich mit Copy und so weiter dann die ganzen Daten rüberzuziehen. Damit geht es um ein Vielfaches schneller. Ja, da geht es richtig. Mit Schnellem vor allen Dingen macht es das Ganze viel, viel einfacher. Und da heißt es gar nicht lange überlegen. Du zeigst uns doch gerade noch mal, wie schnell das geht. Zack, reingesteckt und zack, können das Auslesen hier beginnen. Aber das geht ja wirklich ultra einfach. Wenn ich daran denke, wie schwer das manchmal ist, wirklich einzubauen und alles. Ich zeige das nochmal ganz kurz. Also hier die Festplatte ganz einfach andocken, je nachdem welcher Typ Festplatte das ist. Entweder SATA oder IDE mit zweieinhalb oder dreieinhalb Zoll Größe. Da haben wir jetzt hier eben noch die anderen Anschlüsse. Und jetzt können Sie sogar auf drei verschiedene ausgebaute Festplatten parallel zugreifen, wenn Sie das möchten. Um beispielsweise auch ganz einfach die Daten eben auf Ihren neuen Rechner zu übertragen. Oder ganz einfach mal zu gucken, welche Daten sind eigentlich drauf. Vielleicht auch Daten zu löschen. Oder eben ganz einfach auch mal eine Sicherungskopie zu machen. Oder um ganz einfach mal zu schauen, ist die Festplatte überhaupt noch in Ordnung? Lohnt sich der Einbau überhaupt? Ja oder nein? Also ich bin jetzt schon überzeugt, weil sie auch so wirklich handlich ist. Und vor allem, die wiegt nichts. Nee. Das hat mich richtig umgehauen. Eben, wenn ich an meiner externe... Ganz schöne Trümmer, oder? Ja, also da gibt es momentan oder mittlerweile in der Festplattentechnik, gerade bei den SSD-Festplatten, nochmal ganz, ganz andere Kaliber. Schön natürlich, dass wir eine automatische Erkennung am PC haben. Das heißt, wir reden von ganz klassischem Plug and Play. Du brauchst also keinen Treiber zu installieren und gar nichts. Du dockst ganz einfach den USB-Anschluss an. Der ist hier per Kabel natürlich mit dabei. Du brauchst noch einen Stromanschluss, um hier den Adapter mit Strom zu versorgen. Und dann kannst du jederzeit eben deine Festplatten ganz einfach auslesen. Ich finde es fantastisch, weil du hier einfach einen bequemen und richtig schnellen Zugriff auf deine externen Festplatten hast. Wem würdest du das jetzt alles empfehlen, außer mir jetzt zum Beispiel? Also grundsätzlich allen, die viel mit Festplatten arbeiten, die vielleicht auch große Datenmengen bearbeiten müssen, die ganz einfach mit verschiedensten Festplatten arbeiten, mit SATA oder mit EDE-Festplatten. Und wenn sie da keine Lust haben, jedes Mal immer erst die Festplatte rauszunehmen und die neue wieder reinzusetzen, zuzuschrauben und so weiter, ist das sicherlich die bequemere und schnellere Lösung, um einfach mal zu gucken, was ist drauf oder funktioniert die Festplatte überhaupt. Und das natürlich zu einem Qualitätspreis hier. Qualitätsware hier natürlich auch 18,91 Euro. Die Bestellung ist die PX4942 5L69. Das heißt Plug & Play, einfach reinstecken und loslegen. Sie müssen da keine wirklichen weiteren Treiber installieren. Das ist mir wirklich das liebste Plug & Play. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem liebsten Kollegen aus dem Rheinland, meinem lieber Carsten. Und jetzt kommt der andere reizende Kollege, mein lieber Kollege Ralf Reich, geht es weiter nach einem kurzen Break. Wir testen jedes Produkt. Bis an seine Grenzen. Damit Sie nur die innovativsten, die sichersten und die besten Produkte zu sehen bekommen. Wir präsentieren Ihnen nur die Produkte, die unsere Pearl TV Härtetests bestehen. Und dafür ist uns kein Weg zu weit. Wir zeigen Ihnen alles und gehen für Sie bis an die Grenzen und sogar darüber hinaus. Denn wir sind von jedem Einzelnen unserer Produkte zu 100% überzeugt. Pearl TV. Wir stehen für Qualität. Hallo und herzlich willkommen bei Pearl TV Top 100 Selektion. Einen kurzen Break hatten wir und mein reizender Kollege, der Ralf, ist jetzt mit mir im Studio. Das war ja ein Blitzwechsel. Carsten Raus, Ralf Reis und los geht es auch direkt schon mit jeder Menge Sport. Denn wir sind bei der Top 100 Selektion. Das heißt Abwechslung pur. Auch an den Preisen, meine lieben Zuschauer. Denn das ist wirklich ein sensationeller Preis, den wir hier bei dieser wunderbaren Fitnessstation und Laufbahnfunktion anbieten. Also wir haben hier ein Rundum-Trainingsgerät für Bauchmuskeln zur Entspannung und natürlich auch für professionelles Lauftraining. Das ist ein Profigerät, wie man es sonst lange suchen kann. Vor allem in dieser Preiskategorie. Ich stehe einfach mal drauf, Patricia, um mal zu zeigen, dass ich jetzt auch hier heute in Straßenkleidung aber jederzeit trainieren kann. Sicherheit geht natürlich auch hier vor. Und deshalb haben wir hier was ganz, ganz Wichtiges. Das ist so ein kleiner Knopf. Und den mache ich mir jetzt einfach ans Hemd. Und sollte mir irgendwas passieren beim Laufen und ich ausrutschen, dann schaltet sich das Gerät automatisch ab. Dieser Schnöpsel wird mit mir weggezogen und ist weg. Aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus, weil wir wollen ja sicher trainieren. Und das in einer Geschwindigkeit, die wir uns selber vorgeben. Und das ist das Tolle. Ich habe hier, also erst mal, kommen wir, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Oh, da geht ja sogar ein Countdown. Genau, ich drücke auf Start und jetzt laufe ich los. Und zwar bei einem Stundenkilometer. Egal, wo Sie vorher aufgehört haben, du startest hier immer bei einem Stundenkilometer. Und jetzt kannst du dich langsam steigern. Tja, und das ist natürlich ganz einfach hier im Display. Aber ich glaube, wir haben noch eine weitere Möglichkeit. Ich sehe dich ja gerade da unten spielen. Ja, wir sehen, also das sehen Sie nachher auch gleich in den Griffen hier. Da sind nicht nur Pulsmesser verbaut, sondern eben auch die Möglichkeit, die Geschwindigkeit zu variieren. Hier auf meiner rechten Seite. Ich gehe jetzt mal auf so ein gemütliches Gehen mit zweieinhalb Stundenkilometern. Ja, ich möchte ja jetzt hier nicht im Studio groß ins Schwitzen kommen. Aber man kann eben zu Hause trainieren, wie man möchte. Und das ist also hier unglaublich komfortabel. Weil wir sehen auch hier das Laufband unten. Sehr groß, ne? Das ist sehr, sehr groß. 1,20 Meter lang, 40 Zentimeter breit. Und ich stehe jetzt gerade mal auf die Seite. Das können Sie auch mal machen, wenn Sie mal eine kurze Pause möchten. Aber Sie sehen hier, ganz komfortabel und vor allem auch sehr, sehr bequem. Ja, ich sehe, dass du es federt ein bisschen ab, gell? Ja, genau. Das ist also wirklich wie bei absoluten Profilaufbändern. Das ist ein absolutes Profilaufband. Und wir haben hier zwölf Programme, die vorprogrammiert sind. Mit denen kann ich jetzt auch mal verschiedene Läufe hier nachlaufen. Also Berg, Tal. Also all das, weil hier... Wie Berg? Geht dein Berg hier auch noch hoch? Entschuldigung, habe ich das richtig gehört? Berg? Weil wir haben hier bis zu 15 Neigungsstufen, die ich jetzt nach oben kann. Auch das einfach hier auf dem linken Griff. Und entweder auf dem Display, sehr, sehr groß, oder hier am Griff. Und ich gehe jetzt einfach mal ein bisschen nach oben. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Sehen Sie das, liebe Zuschauer, das fährt ja richtig angenehm gleichmäßig hoch, obwohl du schon die höchste Stufe eingestellt hast. Das heißt, das ist wirklich eine angenehme Steigung, ne? Das ist, ja, aber man merkt schon ganz schön, es wird wirklich anstrengend. Aber ebenso kannst du jetzt auch mal einen Berglauf simulieren. Nicht nur eben immer bergab. Und jetzt gehe ich mal wieder runter, oder die Ebene. Und hier bei den vorprogrammierten Programmen, die wir hier haben, zwölf Stück an der Zahl, ist das wirklich schon eingestellt. Dann läufst du mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer, mal bergauf, mal in der Ebene. Und hier kannst du ein wirklich tolles Rundum-Training machen. Also ich bin richtig begeistert, allein schon, was du mir gezeigt hast. Das hat mich schon überzeugt. Aber wir haben hier noch viele weitere Möglichkeiten. Ich sehe halt wirklich auch diese Pulsmesser. Wofür sind die eigentlich noch mal ganz gut? Nur um den Puls zu messen? Oder hat das auch einen Sinn? Den Sinn hat es immer. Einfach mal den Puls überprüfen. Das ist für einen selber immer interessant. Aber es gibt ja auch viele Leute, zu denen wurde gesagt, machen Sie mal einen Sport, aber schauen Sie, dass der Puls nicht so hoch wird. Bei mir ist er jetzt gerade auf 98. Das ist, glaube ich, noch ein normaler Bereich. Das geht noch, wenn man sich leicht bewegt. Aber so, wenn es mal 120 wird und Ihr Arzt gesagt hat, oh, nicht über 120, dann machen Sie da einfach eine Pause. Sie können es hier im Display direkt ablesen. Und dann sehen wir auch noch mehr. Wir sehen also die Zeit, die ich unterwegs war. Du hast schon drei Kalorien hier verbraucht. Wie viele Kalorien ich verbraucht habe, die Distanz, die ich verbraucht habe. Und jetzt kommt noch was ganz, ganz Tolles. Das gefällt mir besonders. Hier links und rechts, das hier, das sind Boxen. Und du siehst hier ein Anschlusskabel. Da schließe ich jetzt einfach mein MP3-Player, mein Smartphone, mein Tablet an. Und kann jetzt hier mich mit Musik noch ein bisschen motivieren. Ja, vor allen Dingen motivieren. Man muss ja erst mal den inneren Schweinehund wirklich nur überwinden. Aber dann, wenn du den überwunden hast, dann macht es richtig Spaß. Und Sie können richtig stolz sein. Das macht es doch richtig einfach. Ja, das macht es richtig einfach. Und vor allem, ich kann es zu Hause machen. Ich muss nicht in ein Fitnessstudio fahren. Ich kann mich zu Hause rundum trainieren mit diesem Gerät. Und ich drücke jetzt einfach mal auf Stopp. Und das mache ich jetzt mit dem Sicherheitsschnipsel. Wenn Sie das mal sehen, wenn ich mich jetzt nach hinten fahren lasse, sehen Sie, fährt einfach ab. Und damit bin ich in Sicherheit. Es dreht nicht nach. Und da gibt es ja die tollsten Videos, wie dann Leute noch mal rumfliegen im Laufband. Und jetzt gehen wir mal nach vorne. Und dann zeige ich dir, dass wir hier noch viel, viel mehr haben, was wir machen können. Also Laufbandfunktion. Ich sehe ja schon, Laufband ist hier schon sensationell. Du hast uns auch noch die Steigungsgrade gezeigt. Ralf, dann hast du uns auch noch diese wunderbar gefederte, das ist ja höchstes Niveau hier schon, dieses Laufband gezeigt. Und natürlich Pulsmesser, Musik kann ich hören, Surfprogramme und Sicherheitsaspekt. Jetzt habe ich hier vorne aber noch mehr. Das ist ja wirklich der Hammer hier. Also das zeige ich Ihnen jetzt mal ganz, ganz trocken. Erstens mal die Handeln, ganz, ganz wichtig. Du kannst jetzt mit zwei, ein Kilo handeln, kannst du jetzt zum Beispiel auf dem Laufband, nimmst du die in die Hand und nimmst sie einfach mit. Dann simulierst du so ein klein wenig das Nordic Walking, wie man so schön sagt. Aber du trainierst eben die Arme auch gleich mit. Vor allen Dingen, dass die da drin so einen Platz extra haben. Eben, die muss ich nicht lange suchen, die sind immer aufgeräumt. Gleichzeitig haben wir dann hier unten, jetzt machen wir mal hier diesen Gurt weg. Da unten sehen wir diese Haltegriffe. Und da kannst du jetzt wunderbar dich hinlegen auf die Matte und Sit-ups trainieren. Ah, super. Hier, bekleben deine Füße einklemmen. Du siehst oben als auch unten gepolstert. Und hier kannst du jetzt dein Bauchmuskeltraining machen. Übrigens auch da ist es möglich, die Handeln mit zu integrieren. Dann haben wir da noch ein bisschen Wirkung. Und jetzt kommen wir zum Schönsten. Und das ist dieser Gurt hier. Und damit kann ich mich jetzt am Ende nochmal entspannen, nicht massieren. Meine Oberschenkel, mein Hintern, ganz egal, was ich möchte. Einfach hier mit diesen Noppen, die setze ich mir, ach, ich mache das auch mal. Schau mal, so rund um die Hüfte jetzt zum Beispiel. Ich mache es jetzt mal seichlich und klemm es hier einfach wieder ein. Okay. So, jetzt einklemmen und jetzt schalte ich ein. Und dann siehst du, hier wird genau dort massiert, wo du willst. Ob das jetzt am Hintern oder am Oberschenkel ist. Und durch die Noppen ist das ein wirklich ganz, ganz tolles Gefühl. Und das nochmal so am Ende zur Entspannung. Bei den Damen natürlich auch zur Straffung des Bindegewebes hier. Bestens geeignet. Also so, das ist jetzt ein Profitrainingsgerät rundum für alles hervorragend geeignet. Also ich finde es jetzt schon, ich brauche gar nicht mehr nachfragen. Ich finde es jetzt schon sensationell. Vor allen Dingen, was du gerade angesprochen hast, das Bindegewebe wird hier gestrafft. Problem zu. Und bei den Damen gibt es natürlich auch bei den Herren, auch wenn sie denken, ja schauen Sie mal, der Ralf dreht sich einfach mal im Kreis und lässt sich mal schön massieren. Das ist auch sehr, sehr angenehm. Und zwar mit einem Laufband, ja? Ja, was ich noch sagen wollte, was ganz, ganz wichtig ist. Das können auch etwas schwerere Personen, also gerne mal benutzen. Denn wir haben hier eine Belastbarkeit bis 150 Kilo. Also auch wenn Sie jetzt sagen, ich möchte mit dem Sport ein bisschen Gewicht reduzieren, das ist hier problemlos möglich. Das ist eine gute Aussage. Danke, Ralf. Damit kann nun wirklich jeder fit werden. Zack, 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 versandkostenfrei für 474 Euro und 91 Cent. Da heißt es natürlich für Sie, meine lieben Zuschauer, schnell sein, anrufen und bestellen. Und lassen Sie es wirklich so gut gehen, wie der Ralf es Ihnen gezeigt hat. Das ist eine ganz einfache Anwendung und vor allen Dingen problemlos anzuwenden. Ja, wir bleiben bei dem Thema Fitness. Das ist aber etwas anderes als jetzt eine Fitnessstation. Aber ja, das ist, ja, ich bin schon richtig nachlos. Das ist ein sogenannter Fitness-Tracker. Sieht jetzt gar nicht so aus, ist einfach so eine kleine Knopfzelle. Aber die ist natürlich sehr, sehr individuell und vor allem flexibel einsetzbar. Und damit messe ich meine sportlichen Aktivitäten. Sie kennen vielleicht diese Fitness-Armbänder, die man jederzeit trägt und dann auch mit dem Smartphone verbindet. Und genau das Gleiche macht dieses kleine Gerät. Jetzt haben wir hier nur noch jede Menge Utensilien dabei. Das heißt, ich kann diesen Fitness-Tracker, der gerade mal ein paar Gramm wiegt, jetzt jederzeit mit mir tragen. Entweder klassisch natürlich, wie wir das haben mit dem Fitness-Armband. Hier im Armband aus Silikon, da passt er genau rein. Ja. So, und jetzt trage ich ihm am Armband. Ich kann ihn aber auch jederzeit zum Beispiel hier reinmachen in dieses Hackummi. Und kann mit Zuckstammt machen, gell? Genau, kannst es hinten in die Haare reinmachen. Oder natürlich auch als Brosche. Das geht auch. Einfach anstecken, wo immer du willst. Und in diesem kleinen Teil ist ein sogenannter 3D-Sensor verbaut. Und das heißt, der misst jetzt deine Bewegungen. Der analysiert die und speichert die hier drin. Und das bis zu maximal 30 Tagen. Und das heißt, all deine Aktivitäten kannst du jetzt hier mit speichern und dann übertragen. Und dich einfach dann mal kontrollieren, was denn du gemacht hast. Und das finde ich klasse. Und das ist so ein Motivator. Da ist immer mehr im Kommen. Und mit diesem kleinen Gerät abends einfach mal auf den Rechner übertragen, schauen. Wie viele Schritte habe ich gemacht? Welche Distanz habe ich zurückgelegt? Oder auch natürlich wie viele Kalorien. Oh, super Kalorien. Ich achte ja immer drauf. Und wenn du dir Tagesziele setzt, dann so wie hier gerade, dann siehst du am Anfang, bist du natürlich am Anfang des Tages natürlich auf 0%. Aber je mehr du dich bewegst, desto mehr näherst du dich deinem Tagesziel. Und das ist so schön, wenn du abends dann einfach die Daten überspielst auf dein Smartphone. Da gibt es übrigens eine kostenlose App dazu. Und dann steht 100%. Oder es steht 90%. Und du denkst, oh, jetzt laufe ich noch einmal, mache ich noch einen Spaziergang von mir aus mit dem Hund noch einmal um den Block rum. Du kommst heim, 100% erreicht. Du hast ein Lächeln, du hast ein gutes Gefühl. Und das ist eben so ein Motivator, dieser kleine Fitness-Tracker. Der Fitness-Tracker für unterwegs, für jeden Alltagssituation geeignet. Und vor allen Dingen, dieser Motivator ist ihr Fitnesstrainer gleichzeitig. Denn sie bringen automatisch normale Fitness in ihren Alltag unter. Und das heißt natürlich dieser klassische Spruch, jeder Gang macht schlank. Und das stimmt natürlich im wahrsten Sinne des Wortes. Und sie sind wirklich stolz nachher auf sich, wenn sie erst mal sehen, wie lang sie gelaufen sind, wie viele Schritte sie gegangen sind. Und vor allen Dingen, wie viele Kalorien sie schon verbraucht haben. Da macht das eben so mehr Spaß. Es motiviert wirklich. Jetzt musst du dir vorstellen, du wohnst in einem mehrgeschossigen Haus. Und da unten ist ein Aufzug. Du hast den Fitness-Tracker drin. Und das weißt du auch im Kopf. Und jetzt fährst du nicht mit dem Aufzug in den dritten Stock. Nein, du läufst die Treppen. Und das ist so eine Art von Motivation, die jeder, glaube ich, ein bisschen braucht. So ein Tritt in den Hintern. Und der einfach hier nur durch diesen kleinen Tracker kommt. Also ich finde das toll, weil ich hatte einen Kumpel bei mir da in Düsseldorf. Der hatte nämlich so einen Tracker. Und der hat immer, ich habe mein Ziel noch nicht erreicht. Du musst nur eine Runde mit dem Mund gehen. Da habe ich immer gedacht, der will mich auf den Arm nehmen. Nein, der hat sich wirklich mal 10.000 Schritte am Tag gelegt. Und war dann glücklich, weil er Pommes zum Mittag gegessen hat. Und die jute Currywurst. Und hatte dann mit 10.000 Schritten sein Trainingsziel mit 100% erledigt. 10.000 Schritte ist eine Menge. Fangen Sie vielleicht kleiner an. Oder messen Sie erst mal den ersten Tag. Schauen Sie mal, wie viel Sie ganz normal laufen. Und dann steigern Sie das kontinuierlich. Und so können Sie sich eben jederzeit hiermit kontrollieren. Wie gesagt, Sie müssen nicht täglich wieder auf das verbinden. Übrigens per Bluetooth natürlich dann mit dem Smartphone. Sondern 30 Tage wird hier drin gespeichert, was Sie getan haben. Also einmal im Monat würde es auch noch reichen. Und auch die Batterielaufzeit hier drin. Hier ist eine kleine Klopfzelle drin. Die ist sehr, sehr langlebig. Also bis zu drei Monaten hält die. Boah, das ist mal eine lange Zeit. Also das hält ja noch nicht mal so ein Akku von, naja, sagen wir mal gar nichts dazu. Ist es wirklich ein sensationeller Preis. Lange Laufzeit. Und die Batterien, die sind natürlich wirklich langlebig hier. 25,56 Euro. Ihr kleiner Fitness-Tracker und zwar Ihr Fitness-Trainer für daheim, für unterwegs. Egal wo Sie sind. Auch im Büro können Sie wirklich mal kontrollieren, was habe ich wirklich am Tag geleistet. Und ich finde es halt wirklich so schön, du kannst es einfach auch am Zopf tragen. Als Frau, als Uhr. Das ist wirklich schlicht und kaschieren. Das ist ja unglaublich flexibel oder einfach hier auch nur wie eine Brosche. Egal wo, einfach am Körper, ganz unauffällig. Man muss hier nicht immer gleich sehen, dass man so ein Fitness-Armband trägt. Und wenn ich jetzt mal bedenke, Fitness-Armband ist da nämlich ein gutes Stichwort. Ich habe die schon gesehen, da kostet so ein Fitness-Armband 150 bis zu 200 Euro. Und hier habe ich genau dieselbe Leistung. Also alles wird mir genauso angezeigt, aber für einen Bruchteil des Geldes. So, und da heißt es natürlich, meine lieben Zuschauer, nicht lange überlegen, zugreifen. Das ist natürlich ein wirklicher Highlight hier für 25,56 Euro. Tun Sie sich was Gutes und vor allen Dingen erfreuen Sie sich am Abend, wenn Sie sehen, oh, ich habe ja doch so viele Schritte schon gemacht, ich war gar nicht so faul. Und motivieren Sie sich, gehen Sie lieber mal einen Schritt mehr. Und wirklich jeder Gang macht Schlag. PX 3779 569. Und glauben Sie mir, Sie haben das Wohlgefühl wirklich bei sich am Abend auf Ihrer Seite. Und die Bestellnummer nochmal, die PX 3779 569. Die sollten sich gut notieren und vielleicht schenken Sie Ihren Partner oder Ihren Kindern auch eins. Ich finde das eine ganz tolle Geschichte, vor allem zu diesem Preis, was du gesagt hast, ist das wirklich ein Knüller. So, wir haben natürlich die Top 100 Selektion, das heißt harte, harte Wechsel hier. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, ja, Rasenmähen. Also es war bei uns wirklich immer ein Kampf daheim. Keiner hatte Lust, unsere Kinder hier Rasen zu mähen. Weder mein Bruder, noch der andere Bruder, noch ich, noch mein Papa. Und meine Mutter sagte, dafür habe ich euch Kitz. Ja, da gibt es immer die verschiedensten Ausreden. Staubsauger zu schwer, äh, Staubsauger, Entschuldigung, Rasenmähen. Zu schwer, Rasenmäher geht nicht an oder ähnliches. All das ist jetzt vorbei, denn wir haben hier einen wirklich außergewöhnlichen Rasenmäher. Und hier vorne steht er schon und das ist ein sogenannter Luftkissenrasenmäher. Aha, der sieht ein bisschen aus wie ein UFO. Ja, funktioniert auch ganz, ganz ähnlich, obwohl ich es vielleicht eher mit einem Luftkissenboot vergleichen würde. Denn unter diesem Rasenmäher wird jetzt ein Luftkissen aufgebaut. Und dieses Luftkissen lässt den Rasenmäher über den Rasen schweben. Also dann wie ein UFO. Das ist so ein bisschen wie Science Fiction, was du mir hier gerade erzählst. Also das würde meinem Bruder hier direkt imponieren. Der würde direkt Rasen mähen. Guck mal, hier sehen wir es. Damit lässt du den Rasenmäher einfach tanzen. Der schwebt über den Rasen und das Mähergebnis ist wirklich hervorragend. Und wenn du jetzt mal einen kleineren Rasen, also vor dem Haus ein Stückchen, hinter dem Haus ein Stückchen hast und es rentiert sich überhaupt nicht so einen großen Rasenmäher zu kaufen, dann ist das natürlich die optimale Lösung. Auch für größere Rasenflächen natürlich selbstverständlich geeignet. Und vor allem haben vielmals so eine Böschung oder so Hügel im Garten drin. Da lässt du den gerade drüber spielen. Mit einem normalen Rasenmäher kommst du hoch auf die Kante und dann setzt er Umständen auf. Und dann machst du riesige Löcher in den Boden oder gar die Messer kaputt. Das kann dir hier nicht passieren. Wir schauen uns den Rasenmäher einfach mal von unten an, damit Sie sehen, was für eine Technik da drin steckt. Und die ist wirklich denkbar einfach. Wir sehen, also hier unten jetzt siehst du diese Lamellen. Denn dadurch wird natürlich die Luft erzeugt für das Luftkissen. Und dann schwebt dieser Rasenmäher über den Rasen. Und hier sehen wir die drei kleinen Messer. Die schneiden sehr, sehr effektiv, übrigens in einer Schnittbreite von 28 Zentimetern. Und hier haben wir sie jetzt hinten angebracht. Das heißt, wir haben jetzt eine Schnittlänge von zwei Zentimetern. Wow, also vor allen Dingen zwei Zentimeter. Aber ich glaube, da gibt es eine weitere Variation, dass ich noch ein bisschen höher gehen kann. Wir können auf ein Zentimeter. Wir machen uns einfach näher auf den Boden. Und das zeige ich Ihnen jetzt auch gerne mal, wie einfach das geht. Moment, ich muss es nur so machen, dass Sie es auch sehen. Du siehst, hier haben wir die Messerchen. Und wenn ich dieses Messerchen jetzt so leicht reindrücke, so, und jetzt einfach wieder oben drauf, siehst du, und wieder, na komm, und jetzt wieder ziehe, dann ist es jetzt verändert. Siehst du das? Ja, vor allem leicht. Auf ein Zentimeter. Und das geht innerhalb Sekundenschnelle. Ein bisschen ziehen noch. So, jetzt ist es eingerastet. Und das kann ich jetzt an allen dreien machen. Innerhalb von ganz, ganz wenigen Sekunden habe ich da die Schnitthöhe verändert. Das ist wirklich ein ganz tolles System, meine lieben Zuschauer. Vor allen Dingen leichte Bedienung. Es schwebt, es tanzt, es fliegt über Ihren Rasen. Und Sie sind natürlich wirklich flexibel, wirklich damit. Und was du auch gesagt hast, mein Rasen, sagen wir so, der Rasen meiner Eltern, der hat auch so leichte Hügel, ist halt ein normaler Rasen. Und da haust du dir wirklich die tiefsten Löcher rein, wenn du mit einem normalen Rasenmäher da drüber gehst. Hier schwebt er drüber und kriegt perfekt die kleinen Hügelchen. Und jetzt bitte ich dich doch mal, den Luftkissenrasenmäher einfach mal hochzuwieben. Und du reicht ein Arm. Du kannst es einarmig machen, mit Sicherheit. Siehst du das jetzt? Der ist richtig leicht. Der wiegt so jetzt gerade mal 5 Kilo. Und du siehst, auch unten klappt das sofort zusammen. Jetzt kannst du ihn irgendwo an die Wand hängen. Problemlos in der Garage, im Schuppen, im Keller, ganz egal wo. Und wenn du ihn brauchst, holst du ihn einfach wieder raus. Ja, vor allen Dingen die Rasenmäher. Wenn ich an den Rasenmäher bei uns im Keller denke, der nimmt richtig viel Platz weg, weil das ist so ein Vorderraum. Du weißt auch gar nicht, wohin damit, weil dann hat er noch diesen riesen Auffangbehälter. Und alles ist total schwer, unhandlich. Der ist ja wirklich toll. Du kannst einfach an die Wand zack mit einem Haken und dann bleibt er hängen. Genau. Und da sehen wir es nochmal, auch im Einsatz hier natürlich die Messer. So drehen sie und einschalten. Einfach den Knopf drücken und dann den Hebel ziehen. Und jetzt geht er an. Mehr brauchst du gar nicht zu machen. Und jetzt läuft der Rasenmäher. Und da siehst du, haben wir ja schon recht hohes Gras. Und jetzt wird das Gras effektiv geschnitten auf die Schnittlänge, die du dir angibst. Und jetzt haben wir natürlich noch was Wichtiges. Dadurch, dass wir das Gras direkt auf dem Rasen lassen, haben wir in dem Fall jetzt den natürlichsten Dünger der Welt. Ich kann es auch zusammenrechnen danach, klar. Das bleibt mir überlassen. Oder ich lasse es einfach liegen, das Schnittgut. Und damit habe ich eben auch Dünger. Ja, vor allen Dingen hast du diesen Dünger auch als Schutz. Jetzt gerade bei den Hitzetagen, da hat mir mein Papa gesagt, nee, nee, lass mal so. Wir lassen das liegen. Das ist nicht nur der Dünger. Sie schützen natürlich ihren Rasen auch vor Verbrennung damit. Also ein guter Schutz. Und vor allen Dingen macht das Rasenmähen endlich wieder Spaß. Denn das geht ruckzuck mit einer Hand. Wenn Sie wollen, können Sie über den Rasen tanzen. Ja, okay, Sie sollen nicht tanzen, aber natürlich schweben. Der Rasenmäher, der tanzt aber wirklich. Und du musst ihn ja nicht mehr, die 5 Kilo, die merken Sie gar nicht mehr, weil das verringert sich noch durch das Luftkissen. Das ist ähnlich wie wenn Sie schwimmen, da haben Sie auch ein viel geringeres Gewicht. Und das ist der gleiche Effekt mit dem Luftkissen. Und den lässt du jetzt nur noch schweben und du führst nur die Stange ohne Kraftaufwand, während andere sich zu Tode schwitzen beim Rasenmähen. Kannst du das ganz gemütlich machen und zwar richtig tänzerisch. Hut ab vor unserem elektrischen Rasenmäher, der schwebende UFO-Rasenmäher. Oder wie Sie es auch immer bezeichnen wollen, ich sage immer, das ist mein kleiner UFO hier. Zu einem sensationellen Preis von 59,90 Euro. Die Bestellnummer, das ist die NX5016569. Und das ist mal, da muss ich wirklich sein, immer wieder Hut ab. Das ist wirklich sensationell günstig und vor allen Dingen leicht zu bedienen. Und es gibt kein Ärger mehr, dass es unhandlich ist, dass es schwer ist. Aber auch wie du gesagt hast am Anfang, perfekt für Strebergärten geeignet, auch für kleinere Gärten. Genau, also kleiner Garten und vor allem auch transportabel. Du kannst das ohne Probleme in den Kofferraum machen, also zusammenklappen, Kofferraum mitnehmen. Überhaupt kein Problem. Kein Problem mehr damit, aber auch in Zukunft kein Problem mehr mit einem perfekten Kugelschreiber, der auch noch eine Kamera verbaut hat. Und du malst jetzt gerade was oder schreibst du was? Ich male einfach mal, um zu zeigen, wie toll der schreibt, unser Kugelschreiber. Das ist also wirklich ein ganz, ganz hochwertiger Kugelschreiber. Sieht toll aus und gibt richtig etwas her. Aber du hast es jetzt gerade schon verraten. Hier haben wir noch ein Geheimnis drin. Und zwar haben wir hier natürlich den Clip ganz einfach, um ihn im Hemd einzustecken. Und jetzt schauen wir aber mal da hoch, wo mein Daumen ist, da oben. Wenn wir da hinschauen, es ist eigentlich nicht sichtbar. Oder siehst du irgendwas? Genau unter meinem Daumennagel, da haben wir jetzt eine Linse. Ah, da ist ein kleiner Punkt. Und das, genau, diese Linse und das ist unglaublich. Jetzt schraube ich den Kugelschreiber mal auf und dann sehen Sie auch das Geheimnis unseres Kugelschreibers. Nämlich hier. Da sehen Sie erstens mal die Ladestation. Der wird natürlich Akku betrieben per Micro-USB. Und unten drunter, dieser Schlitz, das ist ein SD, ein Micro-SD-Karten-Steckplatz. Und da mache ich jetzt meine Micro-SD-Karte rein. Mach den Kugelschreiber wieder zu. So, und jetzt kann ich einfach durch einen Druck hier oben auf das hier, kann ich einfach meine Kamera aktivieren. Und das passiert mit einem Druck. Und jetzt kann ich jederzeit ein Foto machen oder, wenn ich länger drauf bleibe, Filmaufnahmen. Und das ist sowas von unauffällig. Also da wird kein Mensch draufkommen, dass in meinem kleinen Kugelschreiber jetzt die Kamera ist. Jetzt kann man den fest platzieren, so wie hier, mit einfach ein paar anderen Stiften. Und mal gucken, was so rundherum im Büro denn passiert. Mit richtig tollen Aufnahmen und die auch noch mit Ton. Das heißt, ich verpasse wirklich gar nichts mehr. Also das finde ich wirklich ganz toll. Vor allem ist das ein kleiner Sicherheitsaspekt. Auch wenn du mal ein paar bestimmte Gespräche, Arbeitsgespräche hast oder so, wo du mal wirklich ein paar Dinge festhalten möchtest und die du vielleicht nur mündlich festgehalten hast, aber nicht schriftlich, ist das natürlich auch ein Sicherheitsaspekt. Oder ich denke halt an die Babysitter-Situation hier meiner Cousine und so. Die war immer unsicher, wollte natürlich jetzt nicht, ja, aber sagen wir mal ehrlich, man hat immer Angst bei Fremden. Und da kann man natürlich auch mal. Genau, da kann ich das einfach mal überprüfen. Aber ich kann es auch ganz praktisch, zum Beispiel auf einer Party, stecke ich es mir einfach in die Hemdtasche. Ich habe jetzt keine, sonst hätte ich es auch gemacht. Aber ich kann es auch einfach so hier reinstecken. Guck mal, so. So, jetzt habe ich den Kugelschreiber hier, schalte ihn an und jetzt wird alles vor mir gefilmt. Und das perfekt. Also das ist mal eine Sache, so hätte ich es mir früher auch schon mal gewünscht. Ich hätte ein paar Partys gehabt, bei denen ich solche tollen Bilder hätte gebrauchen können. Ja, vor allem die Stimmung hast du da mal richtig aufgenommen und vor allem ohne, dass es einer mitkriegt, dass du mit einer Kamera rumläufst. Eben, und dann hast du unverfälschte Bilder. So eine Party, wenn da irgendwo eine Kamera im Spiel ist, dann verstellt sich ja jeder. Das ist dieses typische Kamerasyndrom, das habe ich hier nicht. Also egal, ob ich es zum Spaß oder zur Überwachung einsetzen will, perfekt geeignet. Micro-SD-Karten übrigens bis 16 Gigabyte, also dass ich hier auch wirklich lange aufzeichnen kann. Und der Akku hält in diesem kleinen Kugelschreiber ohne Probleme eine Stunde. Also eine Stunde Daueraufnahme, da kriege ich mal richtig viel Material drauf. 18,91 Euro für einen vollwertigen Kugelschreiber mit einer Videokamera verbaut. Insgesamt ein tolles 3x-Wall-Angebot und natürlich Tonaufnahme inklusive. Die Bestellnummer ist die PX-2213-569 und das für kleines Geld, wirklich in großer Leistung. Da würde ich wirklich 1, 2 bestellen. Da sind sie auf jeden Fall auf der sicheren Seite für 18,91 Euro. Ist auch ein hübsches Geschenk, natürlich Männer freuen sich ganz besonders darüber, aber vielleicht auch die Dame da drüber. Man weiß es nicht, auf jeden Fall für den Preis ist das ein edles Geschenk. Sieht auch richtig toll aus in dieser Verpackung und natürlich mit dieser Funktion, dass da eine Kamera verbaut ist. Mein kleiner Bruder würde darauf fliegen, ich weiß schon, was ich ihm zu Weihnachten schenke. Da machst du so tolle Aufnahmen damit. Und vor allem solche Momentaufnahmen, die nie wiederkommen aus einer Perspektive, die Sie wahrscheinlich noch nie gesehen haben. Auch nur mal das Biken, du kannst ja auch Radfahren gehen, dann kannst du die fast als Action-Camp nehmen. Auch einfach in die Tasche, Brusttasche und dann mal eine Abfahrt runter oder egal was man fährt. Ja, genau. Und später schaust du dir die ganzen Aufnahmen nochmal auf, überträgst du von der SD-Karte auf deine Festplatte und das alles mit diesem kleinen Kugelschreiber. Und schauen Sie nochmal genau hin. Hier vorne, da, genau da ist die Linse. Sehen Sie es jetzt, sehen Sie, auch selbst wenn ich es Ihnen sage, ist es fast nicht zu entdecken, weil sie wirklich so toll getarnt ist. Es wird also niemals jemand draufkommen, dass das hier eine Kamera ist. Ja, da wäre ich auch niemals draufgekommen, das sieht man wirklich überhaupt nicht. Ich musste dreimal hingucken, bis ich gesehen habe, was du mir da zeigen willst, dass da eine Linse ein kleines Loch ist. Und das zeigt erstmal wirklich, wie sensationell getarnt es ist. Ja, sensationell getarnt und auch technisch auf allerneuestem Stand. Einfach die Micro-SD-Karte rein, einmal aufladen, das Ladekabel ist selbstverständlich dabei und dann steht dem Filmgenuss nichts mehr im Wege. Und bei welcher Situation Sie Filmaufnahmen machen wollen, das bleibt ganz Ihrer Fantasie. Sie brauchen nur die Bestellung und das ist die PX, 22, 13, 5, 6, 9, 18 Euro und 91 Cent. Unser Preis ist auch ein wunderbares, edles Geschenk, vor allem ein Geschenk mit einem wunderbaren, ja, E-Punkt da drauf, einer Kamerafunktion inklusive Tonaufnahme. Flüssige Bilder werden Ihnen hier geliefert und jetzt heißt es schnell sein und zugreifen, denn das ist ein TV-Sonderpreis. Wir kommen jetzt zu dem nächsten Thema und das ist ein X13 Okta. Starke Unterhaltung und vor allen Dingen beflügende Produktivität ist in einem hier verpackt. Beste Bildqualität, ob Sie jetzt Schaus, Filme oder natürlich Präsentationen machen wollen, das natürlich auf höchster Ebene. Wir reden hier von Full-HD-Qualität und Sie sehen das schon, das ist das Spielzeug für die Männer, aber auch für die Frauen. Es ist unglaublich, das ist ein Tablet der Zukunft. Wir haben hier ein X13 Okta, also da stecken schon mal ein paar revolutionäre Dinger drin. Erstens mal ein 13,3 Zoll Bildschirm, das ist unglaublich groß und haben auch schon andere Hersteller so produziert, aber die haben es nicht hingekriegt mit der Auflösung. Und wir haben hier eine Full-HD-Auflösung. Das ist schon mal wirklich gigantisch. Man sieht es auch schon, wie scharf hier alles ist, egal was ich mir anschaue, wie ultra scharf. Und jetzt gehen wir mal einfach mal, ich möchte Ihnen das mal zeigen, wir haben hier ein paar Filmchen vorbereitet, da haben wir sie doch, Videos. Und Sie sehen jetzt auch, wie schnell hier alles funktioniert. Und jetzt sehen wir hier mal ein Ultra-HD-Video auf 13 Zoll. Jetzt stellen Sie sich vor, das ist irgendein Filmchen. Das ist wie im Kino, gestochen scharf. So, und das ist natürlich eine Revolution. Die zweite Revolution ist ein Acht-Kern-Prozessor. Das heißt, das Doppelte, also wir haben, viele haben noch Doppelkern oder vier Kern-Prozessoren. Hier haben wir einen Acht-Kern-Prozessor mit 1,3 GHz Taktung. Das ist unglaubliche Geschwindigkeit und dann auch zwei Gigabyte Arbeitsspeicher in einem Tablet. Es gibt heutzutage noch Laptops, die können das nicht bieten. Und in einem Tablet ist es einfach eine Sensation. Das ist ein Ferrari, eine Rakete hier in unserem Tablet verbaut. Das kann ich Ihnen aber im wahrsten Sinne des Wortes sagen. Acht-Kern-Prozessor, das spricht wirklich für Qualität pur und die Bildqualität. Also ich habe noch kein Tablet gesehen, was eine solche geile, auch schon Sie die Ausdruck, geile Auflösung hat. Das ist mal sensationell. Es hat eine unglaubliche Auflösung. Und dann siehst du auch dieses spezielle Format. Wir sind hier nicht ganz quadratisch, wir sind rechteckig. Und das ist so ein 16 zu 9 Format. Und das ist hervorragend, wenn ich jetzt mal einen Blockbuster anschauen will. Aber auch für alles andere. Ich kann hier gerne mal aus dem Film wieder raus oder mal ein bisschen vorspulen oder ganz hier sofort das ganze Bild. Also alles das kann ich hier problemlos machen. Sie sehen es, der reagiert unglaublich schnell. Und hier stoppen wir einfach mal, das können wir auch, Pause machen und uns mal Standbild anschauen. Aber alles andere, was ich mit einem Tablet machen will, kann ich hier damit natürlich auch machen. Zwei Kameras haben wir verbaut. Da oben sehen Sie schon eine. Jetzt kannst du also problemlos natürlich auch Filmchen angucken, Filme machen. Überhaupt kein Problem. Oder natürlich auch Selfies. Hier vorne haben wir nämlich noch eine zweite Kamera verbaut. Und was ich auch schön finde, guck mal hier. Sämtliche Anschlüsse, aber du willst jetzt bestimmt auf die runden Kanten erstmal ansprechen. Aufs Gehäuse, das ist Vollmetall. Da ist nirgendwo ein Plastikbomber. Nein, das ist wirklich allerhöchste Qualität, allerhöchste Verarbeitung. Und so macht Arbeiten mit dem Tablet richtig Spaß. Und Sie sehen es auch jetzt wieder, wie schnell alles reagiert, egal wo ich hingehe. Wir können mal gucken, ob wir schon ein paar Fotos drauf haben, ob schon jemand Fotos gemacht hat. Ach, hier haben wir ein schönes Mensch, ärgert dich nicht. Das können wir auch mal spielen, dass wir mal sehen, wie toll das hier ist, die Auflösung. Und hier Arne spielt gegen Paul. Ich weiß jetzt nicht, wer gewonnen hat. Paul ist dran. Was muss man hier machen? Ich weiß es gar nicht. Würfeln wir mal. Das sind Spiele, die vorprogrammiert sind, aber es macht richtig Spaß. Ich weiß, dass der Carsten immer hier ganz viel drauf spielt. Und die Auflösung ist einfach nur sensationell. Besonders zum Beispiel Schach haben wir schon mal da drauf gespielt. Ja, auch das. Das ist der Hammer. Ich sage Ihnen, dass die Auflösung, das ist wirklich der Burner. Es macht unglaublich Spaß, diese Geschwindigkeit, diese Größe. Auch wenn ich mal ein Buch oder eine Zeitung lese, das kann ich ja heutzutage auch ohne Probleme machen. Und kann das in dieser Größe Filme anschauen. Magazine. Es ist wirklich unglaublich. Es macht so unglaublich Spaß. Und vor allem in dieser Geschwindigkeit zu arbeiten. Nicht immer eine Stunde warten, bis irgendwas offen ist, sondern du siehst es, was ich antippe. Es geht unsagbar schnell. Es macht Spaß. Ich gehe mal auf den Google Play Store. Und da können wir mal schauen, oh, Benni, Bananas haben wir da runtergeladen. Auch hier ein Spiel. Vielleicht machen wir es mal auf. Ich weiß es nicht, ob es geht. Gucken wir mal. Ja, könnten wir jetzt auch spielen. Auch die Bananas. Tausend. Wo geht es denn weiter? Da gehen wir zurück. Irgendwo. Da haben wir es doch, den Pfeil. Ah, schau mal, nur allein. Ich möchte jetzt nicht spielen. Ich möchte Ihnen nur zeigen, diese fantastische Auflösung. Siehste, so macht es Spaß. Das holt hier, dann holen wir mal hier. Und jetzt. Wow. Guck mal dahin. So geht es los. Siehste, das ist natürlich auch grafisch unglaublich anspruchsvoll, in dieser Geschwindigkeit Bilder herzuzaubern. Da, ich rutsche noch ein bisschen durch den Urwald durch. Also, es ist faszinierend. Und das ist eben ein Tablet der neuesten Generation. Nochmal, 13,3 Zoll haben wir hier. Also, eine unglaubliche Größe. Einen Achtkernprozessor. Dazu natürlich noch diese Full-HD-Auflösung. Und das bei einem Tablet hier. Das ist Zukunftsmusik bei vielen Herstellern. Ich bin mir auch sicher, dass da einige demnächst, nee, nicht demnächst, so in zwölf Monaten nachziehen werden mit ähnlichen Geräten. Und dann wird das aber 700, 800 Euro kosten. Dessen bin ich mir sicher. Und schau mal bei uns auf den Preis. Das ist natürlich unser TV-Sonderpreis in der Top 100-Selektion, 351 Euro und 41 Cent. Sie können jetzt sofort vorbestellen und sich Ihren Okta 13 sichern. Wichtig ist, bitte seien Sie schnell. Wir haben wirklich schon jede Menge Vorbestellungen. Das heißt, seien Sie einer der Ersten, der hier den X13 Okta zu diesem sensationellen Preis bekommt. Ja, unbedingt. Gleich dran. Dann sind Sie einer der Ersten und können sagen, schaut mal, ich habe dieses Gerät schon. Was andere Hersteller vielleicht erst in einem Jahr auf den Markt bringen. Übrigens auch die Speicherkapazität unglaublich groß. Nämlich bis zu 64 Gigabyte kann ich hier einlegen per Micro-SD-Karte. Und so kann ich Bilder, Musik, Spiele speichern ohne Ende und unendlich viel Spaß haben mit diesem Tablet-PC. Die Bestellnummer ist die PX 8814569, 351 Euro und 41 Cent. Seien Sie bitte schnell, rufen Sie schnell an. Und das war unsere Top-100-Selektion mit meinen lieben Kollegen, den Ralf. Ich hoffe, wir konnten Sie richtig begeistern. Seien Sie schnell und rufen Sie an. Ja. Ja. Ja.